Was geht, was geht, Freunde? Ich weiß, ihr habt alle das Live-Event 100% gesehen und wenn nicht, dann seht ihr es jetzt nochmal, aber mir ist noch was Kleines aufgefallen. Ich bin mal echt gespannt, ob einer von euch das auch gesehen hat, was ich gesehen habe, was es genau sein wird, das zeige ich dir jetzt. Und wenn es dir aufgefallen ist, dann schreibt es mir mal auch unten in die Kommentare. Vergisst nicht, das Video zu liken, diesen Kanal hier zu abonnieren und tragt meinen Creator-Code Braxis-YT im Itemshop ein. Inspizier mal alles, vielleicht finden wir was Geheimes. Du glaubst mir nicht, Bruder, du glaubst mir nicht, steig aus, steig aus, steig aus. Ja. Siehst du das? Wo bist du? Ja, ich komme jetzt gerade raus hier. Achso, du bist schon draußen bei mir. Komm, 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 komm. Komm mal nach unten. Was siehst du links? Eine Rakete. Welche Rakete ist das? Von dem ersten Live-Event. Denkst du das, was ich denke? Dass die nicht starten wird? Nein, also, nein, eigentlich nicht. Das ist, was am allerwenigen passiert. Wirklich, gar nicht. Jo, Bruder, wir können hier schießen. Freunde, guckt euch das mal. Wie geil ist das denn? Guck mal hier. Piu, piu. Ey, das haben die ja richtig geil gemacht, um die Wartezeiten zu verkürzen. Oh mein Gott. In 14 Minuten geht's los. Ey. Das Crosshair. Es ist vielleicht ein Zeichen, dass du verschiedene Crosshair machen kannst. Guck mal, wenn du scrollst. Ist das so? Siehst du, es gibt doch jetzt andere Crosshairs. Scroll mal jetzt. Oder... Yo. Ey, vielleicht ist das ein Zeichen. Ich meine, das ist gerade tot ernst, Bruder. Denk mal drüber nach. Vertrau dir. Wir haben doch... Guck mal, wenn du scrollst, gibt es jetzt immer andere. Es gibt drei verschiedene Crosshairs gerade. Ja. Vielleicht ist das ein Zeichen, dass man sich jetzt Crosshairs auswählen kann. 57 Sekunden, Bruder. Entweder oder alles. Oh mein Gott. Dein Maul, die Legende. Oh mein Gott, ich will da rein. Ey, der Scammer. Was macht der da? Es geht los. Die Lenk. Und wir müssen schießen, aber mach ich nicht. Guck mir alles an. Wir bleiben alle hier. Ey, der eine ist schon wieder reing... Wir können nicht mehr in die Kapseln rein. Ne, ne. Es geht los, wir fliegen gleich. Tschüss. Hä? Hä? Crew an die Kampfstation. Oh mein Gott. Ich will gar nicht. Ja, moin. Das... Da bin ich. Guck mal da. Let's go. Nein, wir werden geschossen, oder? Nein. Ich weiß gar nicht, was passiert. Drei. Zwei. Einfach mitsagen. Let's go. Let it rip. Oh mein Gott. Was ist das? Das, meine lieben Freunde, ist nicht das Live-Event. Das wurde abgesagt. Das ist der neue Kinofilm von Fortnite. Ich weiß nicht, was witzig wäre, wenn jetzt einfach vorbei wäre. Da ist die Fortnite-Karte da oben. Was geht los? Wo sind wir denn? Hilf nicht mit. Wir gucken uns das alles an. Guck mal, rechts ist ein Schiff. Was ist das für ein rechts? Da, 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 rechts. Schieß uns das rechte Schiff da, rechts, da. Ach so, das ist vom Alien-Scheiß da. Und damals. Ich schieße auf Planeten oder so. Ich mache gar nichts. Da ist die Fortnite-Karte. Ey, wer schieße die Dinger kaputt? Ich nicht. Wo ist denn das? Ich weiß nicht. Oh, da kommt eins auf uns zu. Ja, ja, ja. Ey. Jetzt. Ey, was ist denn los? Das rechte kommt auf uns zu. Das werden wir niemals kaputt kriegen. Das kommt straight auf uns zu. Ja, wir sollen kollidieren. Hört auf damit. Und. Ja, toll. Ey, diese 31er hier drin. Wir landen. Ey, wie krank ist denn bitte die Fortnite-Welt? Oh mein Gott, Bruder. Ist das unsere Karte? Das ist unsere Karte. Wie schön sieht denn Fortnite auf einmal aus. Vor allem von oben. Okay, das ist zu krank. Einfach mit Universum. Yo. Ich weiß nicht, wie das ausgesehen hat. Diese Welt von Fortnite mit diesen beiden Kugeln da. Das waren einfach andere. Da sind wir. Wir fliegen, Bruder. Das sind wir. Let's go. Guck mal, Fortnite sieht gar nicht so aus im Spiel. Tschüss. Tschüss. Nee, Digga. Alles klar. Glaubst du, der kriegt gleich eine Bombe? Okay. Oh mein Gott. Der hat Schaden genommen, oder? Was ist das da links? Ja, ja. Mir hängt das alles voll. Ich mach gar nichts. Yo. Wo kommen die ganzen Bohrer am Panzer jeher? Da ist der Collider. Ja. Aber was schießen denn jetzt die alle? Da sind die Panzer. Schieß, ähm. Einfach gar nicht. Wir machen nix. Wir beiden hören uns einfach. Können wir nicht auf uns selber irgendwie schießen oder so? Da schieß auf das Bein. Das ist das Fuß. Schieß auf unser Bein. Tschüss. Ich muss auf Raketen wechseln. Ne, Laser. Ja, der wird schon sehen gleich, wenn der Bein, wenn der Bein wiederkommt. Guck mal, rechts kommt noch mehr Panzer. Ey, wir können die Tankstelle kaputt machen, okay? Wie viele Panzer sind das bitte? Aber wir verlieren kein Leben. Was ist das denn? Was ist das? Yo, von uns. Tschüss. Tschüss. Was ist das? Unser Blue-Schild ist weg. Alles klar. Guck mal, guck dir unseren Blue-Schild an. Yo, wiederholt. Rückenlöweinig. Guck mal, der oben spammt einfach als das Einzelne. Der andere auch. Ey, du hast mitgemacht. Ich hab ein bisschen mitgemacht, ja. Du 31er. Mal gucken, was passiert. Wir hätten es nicht geschafft, wenn ich nichts gemacht hätte. Wenn ich das gewusst hätte, hätten wir das mit anderen gemacht. Da kommt eine Rakete. Wir hätten das einfach verweigert. Ja, egal. Ich schieß hier gar nichts kaputt. Ich bin auf der Seite der IO. Guck mal, unser HP-Schild an. Das sind meine Freunde. Yo. Als ob wir das, wir können das eh nicht verlieren, oder? Ich weiß es nicht. Wir haben einen getroffen. Let's go. Und nochmal. Nein, wurden wir nicht. Wurden wir nicht. Das ist eben gerade. Wurden wir nicht. Yo, guck mal, da unten sind Truppen. Guck mal, da unten. Na. Ja, das ist voll heftig. Hier kommt auch eine Rakete. Okay, wir sind tot. Okay. Tschüss. Unser Leben. Wir verkacken das Live-Event. Alter, das ist super krass. Ja, wir haben keine Chance. Willst du mich flachsen gerade? Zeppeline, was passiert hier gerade? Yo, wir sind tot. Wir sind tot. Ist das, weil wir nichts gemacht haben? Tschüss, Roboter. Yo, du hast es geschafft. Let's go. Alter, wie viele Raketen sieht denn das gerade? Okay, alles klar. Ich bin gerade geschockt. Wir haben verloren. Jetzt ohne Spaß. Ich bin wirklich für die IO. Die haben jetzt Roboter, diese Mechs. Ja, ja, ja. Die sind wieder da? Wer kommt denn da jetzt? Das ist dein Moment, Kumpel? Wer kommt jetzt nicht mehr Battle Bus an? Oh, wie schnell ist es? Mit Schlerpa? Das bin ich. Yo, let's go. Steig ein, Bruder. Nimm, nimm. Und jetzt sind wir gleich wieder pool, ja? Hä? Stimmt. Ich mach gar nichts. Ich will von dir nichts sehen da unten. Guck mal, selbst wenn man nichts drückt, das würde trotzdem... Ja, ich drück absolut nicht. Wie schlecht. Alle, die gedrückt haben, zeig. Yo. Genau, der Roboter ist wieder komplett ganz. Alles klar, Bruder. Wir haben drei RP. Wir haben drei. Drei, ja, shit. Es gibt ein neues Schild. Yo, der Zeppelin geht schon down. Ey, das ist ja wohl anders heftig, krass. Yo. Cosmokost sehen wir gerade voll. Wir sind auf jeden Fall das schlechteste Team. Also so viel Panzer, wie hat der Katz noch nie gesehen? Bro, wie sollen denn vier Leute, ne? Wieso nicht mit allen? Mit 100, Alter? Ja, ne? Hä? Wo sind denn die Leute, die uns helfen? Mit den Battle-Bussen und so? Ich mach gar nichts. Ich guck mir das alles in Ruhe an, hier. Kann sein, dass wir wieder verlieren werden. Glaub ich schon. Wir kassieren schon ganz schön hart vor. Nee, das ist offen. Es geht jetzt los. Gleich geht's los. Ey, warte mal, ich hab das doch eingebaut gehabt. Hä? Oh mein Gott, wir haben ein Schwert. Das ist das Schwert. Nein. Das ist das Schwert, Bruder. Ein Laserschwert. Lichtklinge nennt die das. Yo, das ist dein Thumbnail. Der Zeppelin einfach weg. Yo. Warum dürfen wir nicht damit rumschwingen? Ey, das ist zu. Ich sehe einfach nur Explosionen. Oh mein Gott, Bruder. Alles geht hier hoch. Yo. Da muss doch jetzt was passieren. Wir brauchen noch eine Wende. Wo ist das Monster? Er macht Collider kaputt. Bitte nicht. Yo, okay, wir haben Hardcore. Es muss was passieren. Digga, was ist das? Ich sehe gar nichts mehr. Es geht los. Es geht los. Oh mein Gott. Tu es nicht. Tu es nicht. Er drückt rein. Nein, nicht drücken. Die Späben. Komm. Nein. Oh, oh. Nein. Wir sind eingefallen. Ja, wir verlieren. Ja, wir verlieren. Oh mein Gott, wo sind wir? Tod. Das war's. Das ist Fortnite. Es ist vorbei. Wir sind in der Höhle. Bei mir ist schwarzer Bildschirm. Das war's. Jemand verletzt? Los. Auf die Beine. Jo, das ging weiter. Ey, Bruder Jonas, gib mal deinen Ska her. Nein. Oh mein Gott. Alter, der Roboter ist ja komplett kaputt. Hä? Der fällt runter und ist kaputt. Ja, moin. Ey, lass doch woanders langlaufen. Kannst du nicht. Kannst du nicht. Doch, ich bin nach oben. Ich bin oben geblieben. Ich hab ne Waffe. Ich wurde angeschossen. Kann man sterben? Kann man hier sterben? Weiß ich nicht. Sie wird anscheinend schon. Ich werde angeschossen. Ich bin einfach stehen geblieben. Mein Gott, Bruder. Ich bin einfach stehen geblieben. Ihr könnt mich nicht zwingen mitzukommen. Ich bleib hier. Die Ska kommt zurück, ne? Das heißt, die Ska kommt zurück. Ey, ich kann halt nicht sterben, aber die schießen immer drauf. Ey, du hast unendlich Schuss mit der Ska. Ja, schieß mal. Nur schießen. Nur ich gedrückt halten. Ich bin da ganz unten gegangen. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich schieß auf den Roboter. Ich schieß auf den Roboter. Ey, der Bürger ist da. Hier rechts. Yo. Oh mein Gott, was passiert hier gerade? Das ist der Nullpunkt. Der ist echt wieder da, der Nullpunkt. Der war die ganze Zeit hier unten. Yo, was ist das denn da? Das ist ein Mac. Ist schon okay. Die sind auf unserer Seite. Lasst uns durch. Ey, wir sterben, sterben, sterben. Wir können nicht sterben. Nicht schaden. Oh mein Gott, ist das denn, Digga? Ich schieß auf den Nullpunkt. Schieß auf den Nullpunkt. Laserschwerter. Ey, das darf weder. Obi-Wan Kenobi. Oh mein Gott. Heißt das Lichtschwerter kommt doch nochmal rein? Oh mein Gott. Wir schießen auf den Nullpunkt. Wir sind ja so Banane. Einfach Gegenteiltag heute. Ey, da oben fährt ein Panzer. Panzer, wie kommt der denn hier hin? Panzer? Ich schaue dich mal um, wie krass das Teil eigentlich ist. Yo. Tschüss. Bruder, das ist schon ein geiles Live-Event, ne? Was haben die denn die ganze Zeit hier gemacht? Ja, safe. Alter, das ist ja noch so ein Big-Baba-Bubu-Bohrer. Tschüss. Geh kaputt, Nullpunkt. Zeig uns die neue Season. Oh, oh, wer ist das? Das ist Sloan. Das geht auch anders. Und jetzt geben wir auf. Kann ich auf sie schießen? Was ist das links? Guck mal, da haut sie. Er macht jetzt nicht plat, oder? Okay. Er hat die getötet. No way. Ich sag doch die ganze Zeit, wir sind auf der falschen Seite. Wir sind auf der bösen Seite. Er gibt Hand. Ist da Fofi drauf? Wer ist das denn? Das ist doch dein von Star Wars. Das ist Geno. Nein. Ja, moin. Er geht da einfach rein. Okay, wir gehen auch da rein. Wir müssen auch da rein. Schieß nochmal drauf. Wo müssen wir denn hin? Oh, der will auch nicht mit rein. Hä, die wollen nicht. Wir können da gar nicht rein. Ach so. Okay, der Roboter steht wieder auf. Der bewegt sich. Geht alles kaputt hier. Ach, wir müssen da oben nicht drauf schießen. Nicht drauf schießen. Nee, nee, nee. Kann ich auf meine Freunde schießen? Der Kugel ist runtergefallen. Der Nullpunkt fällt einfach runter. Tschüss. Geschafft. Alles ist kaputt. Jetzt zerstören gerade alles. Oh mein Gott. Ja, okay, das Teil kommt runter von oben. Das war's. Wir werden geschützt. Von der Hand. Alter. Und jetzt? Was ist das denn jetzt? Das kann es nicht gewesen sein, oder? Jetzt schauen wir denen noch zu, weil die ja geflogen sind. Ja, Freunde. Das war das Live-Event. Die fliegen hier noch. Und ich denke, morgen wird es noch richtig geil. Schreibt mir mal unbedingt in die Kommentare, wie ihr das Live-Event fandet. Ob ihr es geil fandet, ob ihr es nicht so geil fandet. Und was ihr denkt, was morgen passieren wird. Hey, Grinch-Bexis. Du bist mein Lieblings-Hutuber, bitte. Hey, ich kann es gerade nicht glauben, warte.